Hi Leute, ich bin's schon wieder und ich wünsche euch jetzt an der Stelle einen schönen guten Abend. Zwar ist es bei mir jetzt gerade nach dem Frühtraining, aber das Video kommt ja abends online. Deshalb guten Abend an euch und bevor ich jetzt anfange mit der heutigen Thematik, geht erstmal einen fetten Gruß raus an den Marvin Munzel und auch an seine Trainerin. So, jetzt um was geht's heute? Thema Brustschwimmen und da werden oft ganz viele entscheidende Fehler gemacht. Vor allem im Anfängerbereich, ich sehe es immer wieder im Freibad oder auch, wenn ich meine Studenten versuche zu coachen, dass einfach viele Leute was falsch machen. Und zwar, wenn man richtig Brustschwimmt, dann hat man immer vorne eine Gleitphase. Zwar ist die jetzt beim Sprinten minimal gering oder gar nicht da, aber wenn man eben längere Strecken schwimmt, dann hat man eine Gleitphase, dann kommt der Zug und ohne Pause wieder nach vorne und dann gibt es vorne wieder eine Gleitphase. Was ich jetzt aber oft sehe und feststelle ist, dass man einfach den Zug nicht vorne anfängt, sondern man fängt den Zug hier an, zieht dann und macht wieder hier im Luftholen eine Pause, weil es ja entspannter ist, als mit Körperspannung ausgestreckt, gestreckt im Wasser zu liegen. Das heißt, die Leute ziehen dann, machen eine Pause, ziehen wieder kurz, machen wieder eine Pause im Atmen und ziehen wieder kurz. Das mache ich euch jetzt einmal falsch vor. Ihr könnt euch angucken, macht ihr das vielleicht auch, wie sieht das falsch aus und dann zeige ich euch einfach, wie es richtig gemacht werden muss. Denn einfach vorne die Strecklage, dann kommt das Wasserfassen, Zugphase, Rückholphase und wieder die Streckphase und das Gleiten vorne. Schaut einfach mal zu, einmal falsch, einmal richtig. Bis gleich. Also jetzt Fehler. Ihr seht das, es wird einfach entspannter, wenn man hier atmen kann und nicht eben in der Strecklage verharren muss und nur während das Zug kurz rauskommen kann, um zu atmen. Aber nur so könnt ihr richtig Vortrieb mit dem Gleiten, mit der Streckphase aufbauen und jetzt einfach mal kurz zuschauen, wie es richtig gemacht wird. Genau, auch mit der richtigen Atmung, unser Wasser eben ausatmen. Ganz wichtig, dass man eben in dieser Oberarmeinwärtsphase, diesen Oberarmeinwärtsskalb, wie es genannt wird, genannt wird, direkt im Sauerstoff, kriegt in der Streckphase den Kopf rein, ins Wasser ausatmen. Ganz wichtig. So, ich habe einmal für euch einen ganz langen Zug gemacht, dass ihr seht, wie man auch wirklich lang gleiten kann. Danach habe ich es ein bisschen zügiger gemacht, aber es wurde klar, was gemeint wird. Und das war es auch schon zu diesem Fehler. Jetzt gibt es noch einen anderen häufigen Fehler. Und zwar ist es eben was mit dem Beinschlag. Und zwar gibt es natürlich neben der Schere, neben dem Ristbeinschlag, den ich euch schon mal falsch vorgemacht habe und eine Übung zum Korrigieren gegeben habe, kann ich euch hier oben einblenden. Ist es eben einfach oft der Fall, dass die Leute den Beinschlag viel zu breit nach außen drücken, anstatt wirklich eine enge, das sollen jetzt mal meine Knie sein, Kliererfüße, anstatt die Knie eben eng anzuversen, auszudrehen und eine explosive Schwunggrätsche eben entgegen der Schwimmrichtung zu machen. Im Optimalfall geht der Beinschlag leicht nach hinten unten, dass die Hüfte dabei angehoben wird, dass die Wasserlage angehoben wird. Und ich werde es euch jetzt einmal falsch vormachen. Und danach könnt ihr euch einfach mal einen Pull-Buy nehmen und das versuchen, eben zwischen den Beinen zu halten und trotzdem einen Brustbeinschlag zu machen. Das darf dabei nicht wegflutschen, sonst sind eure Beine einfach, eure Knie, eure Beine einfach zu breit. Das ist natürlich jetzt eine Extremübung. So eng müssen die Beine nicht sein. Aber eben auch mal diesen Extremfall üben. Und jetzt zeige ich euch einmal kurz, wie es falsch gemacht wird. Einfach, wenn der Beinschlag hier irgendwo verpufft und der Druck nicht nach hinten gebracht wird. Ihr müsst immer den Druck nach hinten bringen. Und dafür ist einfach eine enge Knieführung und eine gewisse Beweglichkeit erforderlich. Ich weiß, gerade Leute, die aus dem Ballsport oder so leichter, die nicht kommen, sind da einfach in den Knien etwas fester. Aber man muss es einfach üben und dann wird es mit der Zeit besser. So, jetzt wieder einmal das Fehlerbild für euch. Also, das war jetzt für mich extrem breit. Aber ich bin natürlich, als Schwimmer natürlich, habe ich auch durch den Brust-Beinschlag eben ein bisschen verkürzte Addukturen. Das heißt, ich kriege meine Beine gar nicht so breit, wie es bei manchen Leuten der Fall ist. Aber jetzt mache ich direkt weiter mit der Übungskorrektur. Und zwar einfach Pulver zwischen die Beine und versuchen, Brust zu schwimmen. Genau, ihr seht es. Pulver ist hier einfach zwischen den Beinen eingeklemmt, relativ weit oben. Und jetzt geht's los. So, man hat gesehen, die Knie sind ganz eng. Natürlich kriege ich jetzt nicht ganz so viel Druck nach hinten, wie es nachher ohne Pulver heute Fall sein wird. Deshalb nimmt dann wieder nach vielleicht 50 Metern das Pulver weg und macht es dann ohne Pulver. Und versucht, die Knie eng zu halten und den Druck wirklich nach hinten zu bringen. Das klappt wunderbar. Das kann man echt umsetzen. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter, hat euch gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dürft es auch gerne teilen in euren Gruppen, in eurer Klasse, was weiß ich. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.